Ich sehe mal, was ich dazu sage, Digga. So, wir machen mal den geistigen Angriff hier auf Final Frontier, Leute. Haltend Schmutz. Hey, letzter Zeit, wo du es haben gesehen, richtig? 40, ja, wir haben erstmal 40. Komm, lass die Brick jetzt da fliegen. Oh, 6 Euro. Ich gehe mitgekriegt. Guck mal, bist du in der Stadt, bist du in der Vorne? Ja, abdrücken, ja. Abdrücken, ne? Oh, das kommt aus deinem Mund? Ich gebe mir auch die Mühe und lade hier 30 Euro und drücke ein Abbrick. In den Schmutz. Wow. Deswegen habe ich auch nebenbei schon. Sau, Kerl. Schmutz. Du bist da vorne? Oh, das läuft doch. Bist da wieder auf fürchterlich lang bist du da am rumbleiern. Oh, ja. Oh, ja. Assoziiert er da. Okay. Okay. Pulle es auch mit deinen Ketten, nicht schnappeln. Da ist es nicht gut. Mist, fährt. Geht weiter Alter, die Saukerl Geht weiter Ja, da muss er weiter gehen Eigentlich kannst du nur 5 hinstellen, anders geht's nicht mehr Soll ich jetzt 2 Euro für, ne? Geht schon mal Ja, 2 Euro ist zu viel Wie sieht's aus bei dir? Ist das Totentanz schon wieder dran? Ja, was heißt Totentanz? Keine Ahnung Sitzen und Fernseh gucken hier Du lebst Ja, das ist totentanz Ja, was heißt Totentanz? Keine Ahnung Du noch lebst, das wunderschön sowieso Ah, das ist gut so Ich kann doch was, ich kann nicht in die Konzession hier reingehen Warum? Wie hast du den Geruch, den ich mitgekriegt gerade? Den Geruch? Ja Den hast du aber überall, Alter Hier ist überall so eine Leichenstarre Ich bin halt anders, Leute Da regt sich ja gar nichts Komm Leute, ihr wollt immer hier Money makers für mein White Frog Das ist auch noch ein komisches Spiel Da hast du ja die Jackpot hier ja immer gespielt, ne? Dieses White Frog, ne? Echt? Das hab ich nie gespielt, so ein Jackpot Hat sich viel zu lange aufgehalten, ne? Mag ich gar nicht, wenn er sich zu lange aufhält Was hat denn mit dem Frosch da, ne? Mhm Haben die bestimmt auf 5 Cent rumgelutscht damals Und auf Normalstart ausklingeln lassen Die Gewinne da mitte Ich hab da mal so einen Turm-Kaletter gespielt Das hat der Hebel in der Vorlieger Naja War früher immer gleiches System beim Jackpot Spielen Wenn er hoch gehen wollte, hat er extra am Anfang super gegeben Hat er sich zwei, drei, vier Stunden umsonst spielen lassen Wenn er früh kommen wollte Hat er nämlich gar nichts geschmissen und nur gefressen Schade Der Mistfrosch traut sich nicht aus der Wohnung oder aus der... Ich mach mal mit 20 Cent noch auf den Wunderbeil gekommen Ich mach jetzt mal bis hier Zeigst du ja nicht, was ist der Frosch, oder? Nein Der ist so tiefschlaft, du So ein Kerl ist in... Das ist der King von gestern, ne? Ja Oh, das haben wir auch total verändert Da ist alles Ach, Alter Ist da ja nix Mistkerl Wir haben die doch immer am Anfang gestern Hast du dich daran erinnert? Äh, ne Da kam immer... Ach so, ja, ja Die Typen, naja Ich guck ich da gesehen Ich hab immer in Position 3, Position 4 Und dann verändert die Spiel Achso Die sind alles überschrieben worden, die Programme Ja Also sieben Geräusche Das verändert wohl Richtig Total Ritzend So, gehen wir mal zu Novo Der ist tot hier So, ich mach mal den Schmutz hier Forest Beauty Kannst du das aufdrücken, wenn du da buchen kannst, Alter Kannst du das aufdrücken, wenn du da buchen kannst, Alter König Ander Schmutz Wie 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 Auch so ein Kackspiel irgendwie, ich mag das überhaupt nicht, ey. Man spielt ja öfters mal die Spiele normalen, die man eigentlich nicht so... Vielleicht gibt es ja doch nochmal eine Überraschung. . . . . . . . . Sollte Oh, ne, jetzt muss ich sagen, weil ich nicht mehr, ich bin mir da, ich bin mir da, ich bin mir da. Gucken wir uns jetzt schmutzmal an. Gucken wir uns jetzt. Gucken wir uns jetzt. So good. 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 So good.